Heute ist Allerheiligen, ein sogenannter Stillerfeiertag, denn an diesem Tag steht das Gedenken nicht nur an alle Heiligen, sondern an die Toten allgemein im Vordergrund. Zu diesem Anlass schmücken viele Katholiken die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen und entzünden Kerzen. Das Licht soll dabei die Unsterblichkeit der Seele symbolisieren. Allerheiligen hat eine lange christliche Tradition. Im 8. Jahrhundert wurde der Termin für das Fest dann auf den 1. November festgelegt. Untertitelung des ZDF, 2020